§ 3 § 4 Es ist, wie gesagt, eine sehr wichtige Entdeckung Kants, dass eben diese Bedingungen, diese Formen derselben, das heißt das Allgemeinste in ihrer Wahrnehmung, dass allen ihren Erscheinungen auf gleiche Weise eigene, Zeit und Raum, auch für sich und abgesondert von ihrem Inhalt, nicht nur in abstracto gedacht, sondern auch unmittelbar angeschaut werden kann. Und dass diese Anschauung nicht etwa ein durch Wiederholung von der Erfahrung entlehntes Phantasma ist, sondern so sehr unabhängig von der Erfahrung, dass vielmehr umgekehrt diese als von jener abhängig gedacht werden muss, indem die Eigenschaften des Raumes und der Zeit, wie sie die Anschauung a priori erkennt, für alle mögliche Erfahrungen als Gesetze gelten, welchen gemäß diese überall ausfallen muss. Dieserhalb habe ich, in meiner Abhandlung über den Satz vom Grunde, Zeit und Raum, sofern sie rein und inhaltsleer angeschaut werden, als eine besondere und für sich bestehende Klasse von Vorstellungen betrachtet. So wichtig nun auch diese von Kant entdeckte Beschaffenheit jener allgemeinen Form der Anschauung ist, dass sie nämlich für sich und unabhängig von der Erfahrung anschaulich und ihrer ganzen Gesetzmäßigkeit nach erkennbar sind, worauf die Mathematik mit ihrer Unfehlbarkeit beruht, so ist es doch eine nicht minder beachtungswerte Eigenschaft derselben, dass der Satz vom Grunde, der die Erfahrung als Gesetz der Kausalität und Motivation und das Denken als Gesetz der Begründung der Urteile bestimmt, hier in einer ganz eigentümlichen Gestalt auftritt, der ich den Namen Grund des Seins gegeben habe und welche in der Zeit die Folge ihrer Momente und im Raum die Lage seiner sich ins Unendliche wechselseitig bestimmenden Teile ist. Wem aus der einleitenden Abhandlung die vollkommene Identität des Inhalts des Satzes vom Grunde bei aller Verschiedenheit seiner Gestalten deutlich geworden ist, der wird auch überzeugt sein, wie wichtig zur Einsicht in sein innerstes Wesen gerade die Erkenntnis der einfachsten seiner Gestaltung als solcher ist und für diese haben wir die Zeit erkannt. Wie in ihr jeder Augenblick nur ist, sofern er den vorhergehenden, seinen Vater, vertilgt hat, um selbst wieder ebenso schnell vertilgt zu werden, wie Vergangenheit und Zukunft, abgesehen von den Folgen ihres Inhalts, so nichtig als irgendein Traum sind, Gegenwart aber nur die Ausdehnungs- und bestandslose Grenze zwischen beiden ist, Ebenso werden wir dieselbe Nichtigkeit auch in allen anderen Gestalten des Satzes vom Grunde wiedererkennen und einsehen, dass wie die Zeit, so auch der Raum und wie dieser, so auch alles, was in ihm und der Zeit zugleich ist, alles also, was aus Ursachen und Motiven hervorgeht, nur ein relatives Dasein hat, nur durch und für ein anderes, ihm gleichartiges, das heißt wieder nur ebenso bestehendes ist. Das Wesentliche dieser Ansicht ist alt. Herakleitos bejammerte in ihr den ewigen Fluss der Dinge. Platon würdigte ihren Gegenstand herab, als das immer da werdende, aber nie seiende. Spinoza nannte es bloße Akzidenzien, der allein seienden und bleibenden einzigen Substanz. Kant setzte das so Erkannte als bloße Erscheinung dem Ding an sich entgegen. Endlich die uralte Weisheit der Inder spricht. Es ist die Maya, der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und sie eine Welt sehen lässt, von der man weder sagen kann, dass sie sei, noch auch, dass sie nicht sei. Denn sie gleicht dem Traume, gleicht dem Sonnenglanz auf dem Sande, welchen der Wanderer von Ferne für ein Wasser hält, oder auch dem hingeworfenen Strick, den er für eine Schlange ansieht. Diese Gleichnisse finden sich in unzähligen Stellen der Veden und Puranas wieder. Was alle diese aber meinten und wovon sie reden, ist nichts anderes, als was auch wir jetzt eben betrachten. Die Welt als Vorstellung, unterworfen den Satz des Grundes.